Alles verbarrikadiert, jede einzelne Tier, alles versperrt. Im Zug ist klar, das ist die einzige Möglichkeit, im Zug zumindest, ja, das ist offen. Ja, ich brauche einen Angelegenen, ja, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das war ein Wettbewerb, das war ein Wettbewerb. Das war im Fernsehen, ich habe das gar nicht gewusst, der war nicht rumiert und glücklich. Hinten ab, die Leute, er war glücklich, die Leute wollten da drin heißen, was kann es im Wettbewerb. Man hat auch alles eingehalten, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das war ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Und nur das Wirtschaftsgebäude in der Stahlstimme. Das mit dem Roten Tor, das ist ein Stahlstimme. Erstmal, wenn ich da gefahren bin, da war ein Wettbewerb so ein Wettbewerb, so ein Tor. Das ist eine gute Sache, die wir hier sehen. Ich habe auch schon eine gute Zeit. Ich habe auch schon eine gute Zeit. Ich habe auch schon eine gute Zeit. Ja, da haben sie nicht, da muss ich im Verwaltung bilden, da kann er irgendwas, weil da sind nicht die Tegel, da wo sie laufen. Und da müssen sie auch stehen. Nein, das sind die Tegel, das muss ich nicht wollen. Und da für ihre müssen sie das auch reinholen, weil wenn sie die Tegel nutzen müssen, kann man nicht. Ich staue und buchste. Ja, das ist halt... Das wäre auch ein Rauch. Also das ist der... Also der Pfad, der will ja mal nicht nach vorne gewassen, aber der kann das nicht sein. Da steht ein Koffer mit seinem Auto. Ja, dafür haben sie überall alles abgebildet. Ich habe gesehen, der geht da anrufen. Schau da, was da schon viel viel ist. Da ist der, schau da. Jetzt müssen wir uns dann auf andere setzen. Und beim Bahnhof im Botenstraß mit dem Gebäude die gleiche Situation wie in Weißenbach. Ist doch alles verrammelt oder privat? Ja. Wir haben ja alles verkauft. Ja. Das ist total verbaut. Das ist total verbaut. Wir haben ja jetzt noch was." Wir haben ja so ein Hügel, dieses Koffer hier in der V Renau. Ich habe zu mir ihn geplant. Ich habe ihn geplant. Wir kommen mit dem Tegel, das Auto, wenn man das Auto einpakt hat. Ich habe ihn geplant. Ich habe ihn geplant, das war nicht. Im Botenschau hat man wie in Weißenbach nur das Dach dazu drunter, aber das Gebäude kommt man nicht rein. Genauso wie in Weißenbach und alle Tieren fest versperrt. Rollstuhlfahrer kann man in den Däziger sowieso nicht rein. Du musst dir mal vorstellen, was ich da angeschickt habe. Du weißt doch mal, was da ein Quadratmeter kommt. Von da hinten fährt er schon wieder hoch. Ich meine, was eben verschwissen wird. Ich habe die Leipzig. Die Leipzig sind den Dach. Ich habe mich nicht so angeschickt, wie es sich nicht mehr als Brüder zu sehen. Ich kann mich nicht mehr so einfach an ein bisschen mehr auf den Dach. Das ist das Dach. Das ist ein Dach. Das ist ein Dach. Das ist ein Dach. Das war's für heute. Die Fliegerheer hier auch. Ohne Urte. Ich weiß schon, wie reißt sie jedes Mal. Oh, umso. Das ist gut. Das ist der Lusselkunde. Der Lusselkunde. Der Lusselkunde. Der Lusselkunde. Der Lusselkunde. Der Lusselkunde. Die Lusselkunde. Der Lusselkunde. Brachבת. Der Lusselkunde. Der Lusselkunde. Der Lusselkunde. Der Zimbabon. Der Zimbabon. Von dem meatsacken Kan��osUU. Der kleine Erechlaste. Der Lusselkunde. Der controversial Steine Kan��as. Dasутьpäpose. Die kittensarten $m. Und' dann halt da. Das war die Hände. Wir haben das erste Mal mit einem Säger. Die Hände haben dieses Mäßige. Das ist natürlich das ganze Leben. Wir haben das kleine Hände. Wir haben das ganze Pläne und das ganze Gläubige. Wir haben die Hände und die Hände die Hände. Bei einer Siegst. Schau, 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 schau. Das ist auch noch mal. Das ist ein Problem. Ich gehe mal so zu sein. Deine Straße ist noch ein bisschen ausgestiegen. Jetzt kommen viele Leute. Im Berndorf-Stadt kommen jetzt viele Leute. Ein paar. Alle dokumentiert. Wenn sie zahlt haben, haben wir es am Auto. Mal sehen sie noch. Mal sehen sie es mir. Sie sind mit dem Söl. Das ist der Ort. Ja, der ist natürlich auch nicht. Da war ich mit der Niki-Montan angekommen. Jetzt kommen wir. Ränder Böde. Das ist einfach nicht. Ist nicht los, ich werde mit dem Rä diagnosis gehen. Ja, das ist nicht los. Das ist einfach nicht los. Das ist eine große Herausforderung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.